Die französischen Behörden haben den Bruder des Todesschützen von Toulouse nach Paris überstellt. Der 29-Jährige, der bereits am Dienstag in einer gesonderten Polizeiaktion festgenommen worden war, gilt in den Mittlern mittlerweile als der mögliche Drahtzieher der sieben tödlichen Attentate. So waren im Zuge der Untersuchung im Auto des Bruders Handgranaten und Sprengstoff gefunden worden. Auch besteht der Verdacht, dass er vielleicht bei den tödlichen Anschlägen anwesend war oder seinem Bruder sogar bei der Flucht geholfen haben könnte. Fernsehbilder zeigen nun erstmals das Innere des Gebäudes in Toulouse, in dem sich Mohamed Mera verschanzt hielt. Unterdessen fragt sich die französische Öffentlichkeit, ob die Einsatzkräfte ihn auch lebend hätten überwältigen können. Eine Eliteeinheit hatte Mera am Freitag nach 32-stündigem Nervenkrieg erschossen.